ja schönen guten tag meine damen und herren ich begrüße sie heute wieder ganz herzlich zu unserer online-pharmaforum-sendung mit dem thema referrals education material und du das management plan hier erwarten uns in naher zukunft einige leuerungen und darüber wird herr dr grüger heute referieren zu meinem vortrag den würde ich gerne so gestalten dass ich vorneweg in auf ein paar folien was aktuelles zu referrals ihnen erläutern und darlegen möchte dann schwerpunkt des vortrags wird sich auf den risikomanagement plan fokussieren best practice häufige mängel was was uns auffällt im rahmen der bewertung durch die nationalen behörden was gibt es noch erneuerung das gvp modul 5 in der revision 2 steht vor der tür und was ist dazu erweitert warten auch für die industrie und schließlich im zweiten schwerpunkt des vortrags noch auf education material oder beauflagtes schulungs material eingehen auch da wie sieht es aus mit aktuellen anforderungen gerne an sie ja 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 ja